Ich bin mal wieder mit meinem Limon Jäger unterwegs in Jowen, ich werde als erster versuchen, ob ich den Schatz, Gnom, Goblin, was auch immer in Dalaran finde. Mit einem wunderschönen Überblick über die verdorenen Inseln, die verheerten Inseln. Zumindest da wunderschön, wo die Legion noch keine Gebäude errichtet hat und eingefallen ist, da wird es dann nicht mehr ganz so schön. Ich bin mit deinem Moor schoss. Ich hab's gesehen. Falls wir uns nicht wiedersehen, Schlachtenfürst Gardun lässt ausrichten, dass es äußerst dringend ist. Er bittet euch, so schnell wie möglich, zur Teufelshammer zurückzukehren. Wir gucken uns erstmal, ob wir einen Knob finden, der uns... Was ist denn das denn? Was ist denn das denn? Wir gucken uns mal an. 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 Ich weiß nicht weiter. Wir gucken uns mal an. Wir gucken uns mal an. Wir gucken uns mal an. Das ist jetzt auch irgendwo das Portal oder weil ich es nicht mit drauf gehauen habe, ist es nicht da. Schade, dann warten wir nochmal. Schade. 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 Schade, ich werde jetzt wieder. Schade. 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 Das war's. Was ist das? Was ist das? Ich wollte eigentlich sehen, ob ich nicht den Schatzkoppeln bringe. Aber das ist wohl nicht so... Oh, da, da ist er. Was ist das? Was ist das? Ich wollte es nicht wieder. Was ist das? So, und dann kann ich jetzt hier den Crew Level machen. Das klappte ja einfacher, wie ich dachte. Wenn es in Mageladen wird. Was ist das? 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 Da sind wir auch schon. Was ist das? Anfalt. Das liegt schon einmal der Kuhkönig. Dann kommt mit Sicherheit gleich wieder. Das ist zu weit unter. Der Kugeln ist! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war nur ein Minder geschickt ZDF, 2020 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 Ah, das war doof. Jetzt wird's PvP magiert. Jetzt einfach mal hier bis der Schatzkopf wiederkommt. Schatzkopf 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 Darf ich jetzt hier auch irgendwas looten? Ja, darf ich? Da, umbara, Schatzkopf. Aber es ging das letzte Mal ja auch nicht schnell. Was ist da jetzt? Was ist da? Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's irgendjemand anders noch getroffen. Das steht auf Deaktivieren. Das war's für heute. 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 Das erlebe ich doch wieder nicht. Das erlebe ich doch wieder nicht. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.